Ich bin Stefan aus Südtirol. Wir starten heute unsere nächste Tour. Wir sind im Ahrental. Beim Talschluss haben wir jetzt einen Parkplatz geparkt in Kasern. Wir machen jetzt eine schöne Tour. Kommt mit! Ja, mittlerweile haben wir jetzt das Ziel erreicht. Nach knapp fünf Kilometer sind wir hier eingekehrt in der Kehreralm. Und jetzt nehmen wir uns auf den Störtchen mit der guten Südtiroler Varende. Mit Speck, mit Käse, mit Kreden oder mit Schinken und Tomaten. Dann lassen wir es uns richtig gut gehen. Mahlzeit! Ja, jetzt haben wir uns ganz wunderbar auf der Kehrerhütte gestürzt. Eine super gute Hütte. Ganz freundlich sind sie da. Wir haben immer gute Brittenmeieränder gegessen. Und danach noch einen guten Elfenstrudel am Haus gemacht. War alles super, alles gut. Und ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Bergpulitzer ringsherum. Und lassen dann zum Aussehen. Ja, jetzt auf dem Rückweg sind wir noch bei der Heilige Geist Kirche eingekehrt. Ganz ein bekannter Wallfahrtsort in Südtirol mit einer bewegenden Geschichte von einem Schützen und einem Stier. Und wir schauen uns jetzt die Kirche ein bisschen an. Ja, jetzt sind wir wieder zurück von der Thu. Vor Wunderschienheim. Wir sind eine geradelt bis zur Kehrerhütte. Wir sind dort wunderbar eingekehrt. Wir sind ganz freundlich empfangen worden. Wir haben uns gestürzt mit einer guten Jause und einem guten Elfenstrudel. Auf dem Rückweg haben wir noch die Heilige Geist Kirche besucht. Auf dem Waldfahrtsort. Ein paar Wunderschien. Und wir haben ein paar gute Momente gefunden. Und ja, mittlerweile sind wir wieder zurück von dem Auto. Und ja, jetzt lassen wir langsam haben jetzt. Die Wanderung können wir sehr gut weiterempfehlen. Ob jetzt mit dem Radl oder auch mit dem Wanderer. Das ist schon einfach wunderschön. Und wir liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank.